hallo der baskethab ich bin's dave 2021 geht zu ende oder steht kurz vorm ende vor ein paar tage ich wünsche euch schon mal ein frohes neues jahr und mal gucken was wir direkt machen als erstes video im nächsten jahr 2022 und ja ich hoffe ihr hattet fröhe weihnachten gute also ich wünsche euch noch mal frohe weihnachten dazu und silvester wird ihr euch feiern auf jeden fall leute ich sage euch davon das war es mit diesem jahr 2021 wir sehen uns im 2022 jahr dieses jahr war auch komplett crap wie 2020 mit corona ist das alles nur eine erleichterung aber leider nicht so dank deren lockdowns dank dem allen kack haben wir viele videos erreicht viel spaß mit einem rückblick 2021 ja Das war's für heute. Die Rache! Schau, Digger! Ja! Smackem, Junge! Smackem! Die Rache, Junge! Smackem, Junge! Schüss! Wer ist die Verarsche? Ich kann mich gerade draußen! Ich bin der Team Halt Es ist minus 16 Grad oder so. Ich muss mir die Handschuhe umziehen, heil mir die Kamera! Oha, das ist voll der Stachel. Jetzt bin ich los. Gib mal einen Daumen hoch, wenn wir einen Tag nur mit 1 Euro überleben sollen. Oder 10 Euro. Boah, das ist schwer. Und das ist ein kurzer Kerl. Nimm das, nimm das, super schnell. Guck, die ist da rein. Nimm das, nimm das, nimm das. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Nimm das. Nimm das, nimm das. Nimm das, nimm das. Was ist das Ding? Scheiße. Okay, auf jeden Fall. Weniger Geblubber. Wir fangen mal an. Es gibt nur Sachen, die wir hassen und drei Sachen, die wir mögen haben. Was machen wir nach der Pizza Challenge schon? Ja, wir können einfach nicht die ganze Zeit nur Pizza fressen. Das ist ungemütlich. Verdammt. Auf jeden Fall nach der Pizza Challenge. Nach der Pizza Challenge, nach der Pizza Challenge. Ey Jungen, kennst du den noch? Ja. Boah, was ist mir auf jeden Fall für Trinko jetzt? Ey, die Zona. Joa. Wir nehmen. Ich mount das Fisch. Wenn ich mir noch ein so ein unlustiges Scheiß-Video angucken muss, das ist ja gar nicht mehr hier mittlerweile. So eine Scheiße wie euer Ding. Guck mal, ist schon ein grausames Wetter auch. Auf jeden Fall. Ich finde Dave jetzt nicht. Und... ... 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 Okay Leute, hier nochmal das Resultat, wie die aussehen. Guck mal, ich habe eben eine einzige probiert, das wurde richtig richtig schon im Hals, also kein Witz mehr. Also wir essen jetzt. Probieren wir uns zusammen. Okay, let's go. Probieren wir uns zusammen. Boah, ich musste erst mal warten. Weißt du, was ich immer so mache? Mein Gott. Leute, weißt du, was ich immer so mache? Ich mach so. Heiß, oder? Ich mach so. Hab sich das richtig. Also, ich mach jetzt. Und ich habe ausgesmbol. Ich mach sie einfach richtig. Es war absolut. Ach, ich mache jetzt das. Aber jetzt die Tradition zum mir geht's nicht mehr. Entschenkt. Das war's für mich. Ahhhh Oh mein Gott Oh mein Gott Hey nein Das ist auch Nein